Ich bin Naum Auk und spiel jetzt für den SV Zeltzahlen. Bruder Naum, auch dir ein herzliches Willkommen beim SV Zeltzahlen, stell dich doch mal kurz unseren Fans vor. Servus, mein Name ist Naum Auk, ich bin 22 Jahre alt und komme vom FC Adersheim. Wie kam dein Wechsel zum SV Zeltzahlen zustande? Ich habe mich mit ein paar Jungs unterhalten, die hier spielen und hatte alles relativ positiv angehört und dann ging es auch sehr schnell. Welche Spieler kennst du denn schon beim SV? Den Dennis Topczykampisch, der jetzt schon weg ist, den David Sandene, jetzt auch viele, die hierher gekommen sind, die bin ich auch schon unterhalten. Was sind deine Ziele beim SV? Von Spiel zu Spiel Gas zu geben und dann am Ende gucken, was da rauskommt. Was sind deine Stärken? Ich bin schnell und dribbelstark und ich hoffe, das kann ich dann auch zeigen. Naum, hast du noch einen Gruß an unsere Fans? Ja, ich bin extrem glücklich jetzt beim SV Zeltzahlen zu spielen. Auf geht's ihr Grünen! Danke Naum Danke Naum